Ja, und ich freue mich sehr, wir werden in Suesee in ein paar Wochen auch eine neue Ausstellung von ihm einrichten. Ich habe mit dem neuen Chefarzt da in Suesee das Ganze angeschaut und er hat sich explizit gewünscht, dass wir diese Arbeiten auch da hinbringen und das freut mich natürlich auch sehr.